Mit dem RX-L stellt Lexus seinem großen Hybrid-SUV-Flaggschiff eine um 11 cm verlängerte Variante zur Seite, um unter der geschickt kaschierten Karosserieverlängerung die Sitzplätze 6 und 7 zu integrieren. Bei identischem Radstand von 2790 mm addiert sich das Leergewicht um weitere 100 Kilo auf knapp 2,3 Tonnen. Die Fahrleistungen werden aufgrund gleicher Technik zum RX-450H entsprechend gleichwertig sein. Die beiden Elektromotore an Vorder- und Hinterachse verhelfen dem eher Drehmoment-armen 3,5 Liter V6 zu zumindest standesgemäßen Beschleunigungswerten bzw. zur rein elektrischen Fahrweise unter Innenstadtbedingungen. Lexus-typisch ist das Ausstattungs- und Verarbeitungsniveau. Mäßig dagegen die Höchstgeschwindigkeit, die Lexus trotz Systemleistung von 230 kW 313 PS mit nur 180 kmh angibt. Wegen Eisus-typisch ist das Ausstattungs- und Verarbeitungsniveau. Die